So, einen wunderschönen, liebe Zockergemeinschaft. Heute, okay, heute spielen wir ein bisschen Legend of Korra. Mal schauen, wie das ist. Wir machen ein neues Spiel. Mein Progress wird gibt Dings, das ist, ja passt. Wir nehmen Normal und GoFulld. Feuer, Luft, Wasser. Only the Avatar can master all four elements and bring balance to the world. Loading! So, oh. Geht immer noch nicht los. So. Oha. Kamera. Bin ich da. Spring mit A. Heavy Attack Y. Dick. Aha. Geh weg. So, Light Attack mit X. Guck mal her. Bam. In your face. So, was noch? Das war's. Okay, dann mal ein bisschen abgehen. Was gibt's hier noch? Ausweichen. Blocken. In der Luft kann man auch was machen. Perfekt. Seid ihr? Da. Ach. Ach. Hier. So. Boah. NIE! Bin grad auf Auflagen gewesen. Okay. Erden. Nectus? Nein. Uuuuuh. Feuer ist geil. Na. Ah. Ah. Damit können wir wechseln. Feuer. Nehmen wir mal ein bisschen Feuer hier. Zack. Okay. Ausweichen. Da. Light. Ausweichen. Ausweichen. aine. Sequence. Oh ding. games. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, machen wir mal Chapter 2. Und dann... So, jetzt gibt's Stress. Ja. Okay, unser Chakra... Oh, steht sogar. Locked, locked, locked. Ja, genau alles ist locked. Ernsthaft. Okay, mal gucken. Sagen, kaputt machen. Passt. So, was haben wir hier? Das ist... Das müsste... Wasser... Erde... Feuer... Luft. Hast du Luft? Luft sieht schon mal gut aus. Nehmen wir erstmal Luft. Halt. Halt, Avatar! Komm's, die Luft! Okay. So, jetzt gibt's Stress. So, tschak. Tschak. Kann man auch blocken. Genau. Uh, was? X, X, X! What? Okay. Boah, das könnt ihr mir doch nicht antun. Hm. Möchtest Stress hier. So, ich muss ihn alles kaputt machen. Gibt Punkte, tschak. Boah, Steuerung muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Alles kaputt hauen. Oh, geht das auch? Ha! Wascher! Jock! 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 Am Arsch! Hier! Zack! Ups! Okay, wenn die angreifen, machen die kurz rot. Klappt. Döдуdö, dö uh du. Ach, Garth! Ach, ich muss kontern. Jetzt bin ich noch im Tutorial. Hm. Denk ich nicht. Können sie auch kaputt machen? Uh! Erst mal Auto sind alles kaputt machen. Richtig so. Geht das überhaupt kaputt? Ah, okay. Nimm mal... Was haben wir? Nimm mal ein bisschen Feuer. Was kann Feuer eigentlich? Oh, okay. Oh, enger Raum ist eng. So, jetzt geht's schon. Oh, B hätte ich gedrückt. Toll. Ja, genau. Ach, schon wieder. Naja. Ich will in die Ecke. Uh, Kiste. An C. Ein Drache. Okay. Sehr gut. Okay, dann mal weiter. Ebenmannzeige. Okay. Kann man die irgendwie füllen? Nee, da kann man sie noch nicht füllen. Uh. Was ist gut denn für eine? Komm mal her, hier. So, jetzt B. Roundhouse Kick. Ha, 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 ha. Die Schwester von Chuck Norris. Guck mal her. Uh. Boah, nee. Nee, 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 nee. Erde ist blöd. Erde ist zu langsam. So, Wasser. Nee. Nimm mir wieder Luft. Luft ist cool. Ups. Oh. Moment. Okay. Blocken muss ich noch ein bisschen. Blocken muss ich noch ein bisschen lernen. Aber Konterblock. Wie macht man einen Konterblock? Moment. Das muss ich noch mal. Bisschen leer. Hier kann man springen. Oh. Kiste. Geil. Ein. Irgendwas. Oh. Tach. Oh. Witz. Bäm. Uh. Da ist der andere weggeflogen. So. Konterblock. Testen. Okay. Ging er nicht. Ah, jetzt. Häh. Boah. Was war das? Okay. Was bist du? Bei Water. Wasser. Das ist doch hier Wasser. Ach so. Weil es gelockt ist, sagste. Den nehmen wir wieder. Den nehmen wir wieder Feuer. Oh, jetzt habe ich Leben dazu bekommen. Passt. Okay. Das müssen wir wieder alles kaputt machen. Und gegen die Wand mal hauen. Zack. Ne. So. Große, truisch. Groß. Juff. Hm. Passt. Oh. Ein Bild. Ah. Oh. Oh. Kommen die jetzt schon wieder alle her. Nö. Locken. Ne. Das. Irgend. Oh. Boah, diese Tasten. Ich muss echt. So, jetzt. So, weg mit dir. Muss ich noch mit den Tasten ein bisschen rumtesten. Sonst verklicke ich mich andauernd. Ich fühle mich, dass mein Tasten komplett weg ist. Ja. Das Ski ist geblockt. Erstmal in den LKW hier auslassen. Uh, Kiste. Geil. Okay, merken. Alles kaputt machen wird belohnt. Tadam. Okay. Oh, nö. Nö. Link runtertaste? Keine Ahnung. Okay, man kann die locken. Okay. Und weg mit dir. Nö. Kann ich das wegmachen? Och, nö. Okay, machen wir es einfach so. Oh. Hoch. Oh. Immer diese... schnellen... Komm. Zack. Weg mit dir. Hoch. Immer diese Cutscenes wollen sich... wo man übel schnell reagieren muss. So, schack. Weg mit dir. Weg. Weg. Weg mit dir. Und BÄM. Auf dem Bild. Da muss ich. Von wo kam ich jetzt eigentlich? Erstmal hier hin. Ein paar Dinger kaputt machen. So, kommt man da jetzt irgendwie hoch? Jep. Erstmal gehen wir da hoch. Zack. Zack. Och, nö. Dann er. Ja, toll. Wieso packen die sowas in das erste Level? Zack, weg ist er. Oh, Kiste. Okay. Die Kiste holen wir uns. Mal gucken. Mal gucken. Zieh lang. Oh, andere Kiste. Zack. Was haben wir bekommen? Ein Korb voller Blumen. Hm, ganz toll. Ha, erstmal wieder Auto zerstören. Sehr gut. Gut. Und Leben brauche ich. Oha. Feuer, oder? Jup. Toll. Warum packen die sowas ins erste Level, wer es noch nicht machen kann? An. Stress. Bam. In your face. Ups. Na, hätt ich mal B gedrückt. Verdammt. Ach, komm. Schon wieder. Geh nicht. Nö. Ach, jetzt habe ich schon wieder gewechselt. Moment. 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 Ach, komm. Brauch Leben. Geh weg. So. Wir haben jetzt Wasser. Dings. Feuer. Ne, nehmen wir wieder Luft. So. Ich brauche Leben. Denn, gibt mir Leben. Ist da neben drin. Nicht gut. Gar nicht. Oh, 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 oh. Guck mir das weg. Platz da. Ich brauche Leben. Geh mir nicht auf den Sack. Nöööööööööö. sehr gut leben weg du auch uh, da hab ich nochmal Glück gehabt geht's hier denn joo, ok dann müssen wir wohl na komm weg weg, blöde LKW joo oh, eine Wand erstmal zertrümmern joo oha nö, das kann nicht gut werden huch haha Kiste du bist mein hoff hm Handschuhe so und volle Leben wieder so muss zack so muss das ja moderat Typen kann ich dir ausweichen? kann ich dir an nöööö geht nicht also spring spring Lass mich mal kaputt machen. Spring. Ich seh nix. Oh, jetzt. Oh Gott. Es sind viele. Lass mich mal kaputt machen. Weg. Weg. Mein Name ist Legon. Denn wir sind viele. Nö. Schon wieder falsch geklickt. Verdammt. Nö, geh weg. So, jetzt. Seh nix. Seid toll. Ah. Bäm. Bäm. Passt. Ups. Nö. Ah, schon wieder verdrückt. Verdammt. Uh, was? Oh. Nö, ich hätte schon wieder B drücken können. Och, nö, noch mehr. Geht weg. Ich will nicht. Nein. Spring. Ausweichen. Blocken. Alles. Uh. Boah. Das war Hammer. Oh, was ist das? Da stehen viele. Naga. Good girl. Okay. We've got to get to Tenzin. He'll know what to do. Ha! Große Mieze Katze. Oder Wolf. Oder irgendwas. Hund. Huh. Let's get going, Naga. Okay. Äh. Okay. Ha. Guck dir. Oha. Was? Es wird schneller. Nein. Es wird noch schneller. Oha. Was? Was? Äh. Was? Slide. RT. Wo ist denn hier die RT-Taste? RT. Das ist da unten? Oh Gott. RT. Nochmal. Uh. Es ist schnell. Oh Gott. Was jetzt? Spring. Oh Gott. Nein. Spring. Flipper. Nein. Nein. Wie viel. Oh. Alter. Wie schnell. Das können die mir doch nicht antun. Das am frühen Morgen. Nein. 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 Sehr gut. RT. Nein. Nein. Ducken. Alter. Wie schnell. Und es wird noch schneller. Ducken. springen. Springen. Hoch. Zur Seite. Seite. Oh. Oh. Nein. 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 Ducken. Oh. Was geht? Hoch. Oh. Nein. Läuft. Was? Wie schnell. Ja. Nein. Konzentration. Spring. Slide. Um die Ecke. Hoch. Da lang. Da lang. Da lang. Hoch. Da lang. Da lang. Da lang. Ducken. Hoch. Spring. Nein. Oh. Zur Seite. Jetboard. Oh. Hoch. Spring. Spring. Springflipper. Oh. Wie schnell es schon wieder wird. Slide. Alter. Spring. Spring. Uh. Spring. Spring. Oh. Ich bin zu alt für sowas. Oh. Was für eine Reaktion man machen muss. Übel. Uh. Sieht schon mal gut aus. Ah. Relativ. Okay. Das haben wir alles geholt. Oh no. Fast. Fast. Geunlocked. Ja. Okay. Rech Ypsilon. Hallo Korra. Ich habe etwas, um deine Reaktion ein bisschen einfacher zu machen. Aber erinnere mich, dass nichts wertvolles kommt, ohne den Preis. Okay. Man kann jetzt mit den Punkten, die wir gesammelt haben, das Dach kaufen. Nicht genug Energie. Bewegung. Speed. Mhm. Kostet nix. Wird gekauft. Und das hier ist. Okay. Nur ein. Das wird, das muss gekauft werden. Das hätte ich so gesagt. Wie die Belebung. Wenn man verreckt. Das nehmen wir auch einmal, sicherheitshalber, E-Back. New equipped. Blablabla. Okay. Mit Backtaste. Wo ist denn hier die Backtaste? Ach, da ist die Backtaste. I'm home. I'm home, Honey. So. Ken equipped. Mit dieser Taste kann man hier okay. Das tragen wir heute. Dann das. Und da machen wir das rein. Passt. Oh, an der Seite sieht man auch die Kampfgedunst-Dings. Ja. Denn mal B. Wir sind fertig. Gut. Mit Start kann man den Check-Dart-Ding schocken. Gut. Collection kann man mit Start machen. Das wird schon alles. Uh, shiny. Glänziges. Was haben wir da? Das ganze Zeug kann man finden. Okay. Gut. Back. Und das war's denn erstmal, denke ich mal, für eine Folge. Dann sag ich mal Tschüss. Bis später. Bis irgendwann mal.